So, willkommen zum weiteren und gleichzeitig letzten einen Speedrun für dieses Original hier, denn ich habe gesagt, ich werde hier, egal wer an der Part geht, einfach die drei Welten machen, also die zwei, Welt 5 und 15 und die Bowser-Welt und danach haben wir alles. So, dann würde ich nur sagen, ja, los geht's. So, dann würde ich nur sagen, ja, los geht's. So, dann würde ich nur sagen, ja, los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.